Herzlich willkommen zu Top 10. Heute 10 seltene astronomische Ereignisse. Nummer 10. Bei einer Sonnenfinsternis steht der Mond vor der Sonne und auf einem Teil der Erde wird es dann tagsüber kurz dunkel. Das letzte Mal war das im November 2012. Da konnte man das Spektakel aber nur in Nordaustralien sehen. Eine Sonnenfinsternis dauert selten länger als 5 Minuten im Jahr. 2150 wird es eine geben mit 7 Minuten. Nummer 9. Blue Moon. So nennt man es, wenn zwei Vollmonde in einem Kalendermonat zu sehen sind. Das passiert etwa alle 2,5 Jahre mal. Übrigens, wenn der Mond mal wörtlich blau leuchtet, dann liegt es an Partikeln in der Atmosphäre. Nummer 8. Das ist ein Komet, der die Sonne alle 6,6 Jahre umkreist. Genau zwischen Jupiter und Erde. 2014 wird eine Raumsonde der ESA drauf landen, um Daten zu sammeln. Da wollen wir mal hoffen, dass er nicht irgendwann auf die Erde kracht. Ich hoffe, Sie haben da einen guten Blick drauf. Nummer 7. Im September 2040 wird der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn in einer Reihe stehen. Vielleicht kommt dann ja der Weltuntergang, weil die Planeten irgendwelche Wechselwirkungen auslösen. Wir beten. Nummer 6. Bei diesem Ereignis zieht Venus um die Sonne. Die Sache dauert etwa 6 Stunden und lässt sich am besten beobachten, während die Sonne gerade aufgeht. Das war zum Beispiel im Juni 2012. Das nächste Mal ist in 105 Jahren. Das werden wir dann wohl nicht mehr miterleben. Nummer 5. Phileoniden. Das ist ein Sternschnuppenstrom, der jährlich im November zu beobachten ist. Man kann dann etwa 40 Sternschnuppen die Stunde sehen. Also bewahrt eure Wünsche für November auf. Vielleicht gehen sie ja dann in Erfüllung. Nummer 4. Der Hallayische Komet ist wohl der bekannteste Komet, weil er alle 76 Jahre wieder auftaucht. Das nächste Mal wird 2061 sein. Er braucht halt eine Weile, weil seine Umlaufbahn sehr weitläufig ist und er bis zu Pluto rausfliegt quasi. Er wurde auch schon historisch als Stern von Bethlehem bezeichnet. Nummer 3. Der Komet wurde schon von einer Sekte als Erlösung angesehen. Er hat einen Durchmesser von 60 Kilometern und war vor einigen Jahren 19 Monate am Himmel zu sehen. Ja, erlöst hat er niemanden und es wird auch noch mal etwa 2000 Jahre dauern, bis man ihn von der Erde noch einmal sehen kann. Kommen wir zu Nummer 2. Das ist ein Superkomet. 15 Mal heller als der Mond. Da kann man schon mal gespannt sein, weil er wird ab November 2013 bis Januar 2014 zu sehen sein. Ich kaufe mir schon mal ein Teleskop, aber keine Sorge, er ist weit genug von der Erde entfernt. Und wir kommen zu Nummer 1. Der große weiße Gewittersturm ist ein 16.000 Kilometer langer Sturm auf Saturn, der etwa alle 30 Jahre stattfindet. Die Stürme dort sind 10.000 Mal stärker als auf der Erde. Es gibt 10 Blitze die Sekunde, da wäre selbst Jörg Kachelmann überrascht. Ja, da ist es auf der Erde deutlich angenehmer. Ja, das war's. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Schau dir noch ein Clip an oder schau noch mal bei Benni und den Besten rein. Garantiert ein Riesenspaß. Auf Wiedersehen.